Er hat einfach nur einen tollen Job gemacht mit einer sehr, sehr feinfühlig einwirkenden Reiterin. Hier kommt der Sieger der vierjährigen Pferde, hier kommt Devenport mit den Wertnoten 9,0 für den Trab, 9,0 für den Galopp, 9,0 auch für den Schritt. Und wir haben es angesprochen, die Grundausbildung, perfekt, das Pferd, herrlich in der Dichkeit, 10,0, die Maximalnote. Das ist die Kombination der Typ von 8,5, er gibt dann ein Endergebnis von sage und schreibe 9,1. Herzlich Glückwunsch, Rieke, herzlichen Glückwunsch an die Station Sosa zu Devenport, dem Lons-Vision aus der Zucht von Christine Miesmann. Das ist die Kombination der Zucht von Christine Miesmann.